Ja Leute, und schon sind wir zurück. Hier mitten im Krieg. Das sieht gar nicht gut aus, denn die fliegen mit ihren Flotten hier schön gerade durch. Und unsere, ja, Verteidigung hier steht nicht. Also eigentlich steht da eine Verteidigung, aber die greifen sich natürlich nicht an. Die fliegen einfach mal hier durch und ich schätze mal, die wollen unsere Bergbaustationen erstmal niedermähen. Und unsere kleine Flotte, die sowieso nicht viel wert ist, ist einfach mal hier in die Flucht geschlagen worden. Und wir verlieren hier, ja, wir verlieren hier wichtige Ressourcenpunkte. Das ist sehr ärgerlich, was hier gerade passiert. Ich würde das ja gerne zurückerobern. Aber bisher stehen wir ein bisschen besser da. Ich weiß aber nicht, ja, ich weiß nicht, wie ich das hier hinkriegen soll gerade. Denn ich habe auch einfach keine... Keine Flotte, also nichts, was jetzt stark genug wäre. Weil die haben mich ja einfach überrannt, hier unten. Stehen jetzt bei 94%. Okay, werden auch nicht repariert, aber meine andere Flotte wird halt vermisst, ne? So, jetzt ist die Flotte wieder da. Jetzt fügen wir die erstmal hier zusammen. Ähm. Und dann reparieren wir die. Ne, ich will die nicht halbieren. Ich will die einfach zusammenfügen. Es scheint ja gar nicht so einfach hier zu sein. Ah, hier oben ist es, ne? So, jetzt fügen wir die zusammen. Dann reparieren wir die erstmal. Ja. Die Walter Relief erkundet wurde. Hat sich das Magnetfeld geändert. So, Erstkontakt. Also, wir begannen immer mehr visuelle Bilder der von uns Raves genannten Fremden zu empfangen. War unvermeidlich, dass dies schließlich an die breite Öffentlichkeit durchsickern würde hier auftauchen. Hat sich positiv auf die Menschen der Bevölkerung ausgewirkt, die nun ungeduldig darauf wartet, diesen Fremden näher kennenzulernen. Okay, wir sind relativ von der Gesinnung her wohl nah. Ja, ich glaube, wir würden direkt mal mit denen Kontakt aufnehmen. Von allein. Deswegen. Können wir noch nicht. Können wir noch nicht. Haben wir noch keinen Kontakt zu denen. Äh, die sind hier unten, ne? Das sind die Fremds. Okay, schauen wir mal. Vielleicht können die uns irgendwie helfen. Uns hier zu verteidigen. Ich weiß es ja nicht. Das ist unsere Sollstation. Okay, ähm, dann müssen wir schauen, hier haben wir ein kritisches. Zentrieren. Okay, da braucht man ein Forschungsschiff. Gucken wir doch eins. Ich will jetzt Zielprojekt untersuchen. Okay. Jetzt müssen wir die da irgendwie, also die wollen wir ja reparieren. Die sollen die ja reparieren. Das machen die gerade. Die sind hier, ne? Die sind hier, ne? Jetzt von mir die Schiffswerft. Und dann brauchen wir noch ein paar neue Korbetten. Die haben uns einfach mal schnell zerlegt, ne? Die sind jetzt immerhin völlig repariert worden. Wow. Das ist ja viel zu schwach. Viel zu schwach. Die werden ja einfach weggeschossen. Da kommt schon der Nächsten. Ich habe keinen anderen Kontakt, ne? Ich konnte noch nicht mal... Mann, ich konnte noch nicht mal... System Survey complete. Kommt da irgendjemand anderen, der das kann? Vielleicht sie? Sie kann? Na super. Na gut, dann vorher ist es sein lassen. Die kommt da gerade nicht hin. Okay. Wahrscheinlich war hier gerade alles... Brauche ich gar nicht mit. Mit dem brauche ich gar nicht. So, auf dem Bildschirm. Sehr schön. Wir können viel voneinander lernen. So, Kontakte. Wir müssen mit denen reden. Okay. Unabhängigkeit garantieren. Botschaft etablieren. Würde ich so sagen. Das hier. Machen wir. Botschaft machen wir auch. Dann versuchen wir so schnell wie möglich mit denen irgendwie... Nichtangriffspakt schlägt oder Nichtangriffshandelsabkommen abbieten. Beziehung. Irgendwann verbessern. Irgendeinen, der verfügbar ist. Ja. Die da rausgeflogen eigentlich? Nee, die ist noch im Spionage-Netzwerk. Ich glaube. Okay. Dann werde ich ihn mal da hinschicken. Nicht Spionage. Äh. In Diplomatie. Nein. Sag mal. Hier. So. Jetzt. Gut. Das mal mit denen vielleicht... Gleich mal ein bisschen... Die sind wir uns überlegen. Ja, das habe ich auch gemerkt, dass die uns überlegen sind. Da müssen die dann auch direkt neben mir sein. So, jetzt fliegen die zurück. Jetzt brauchen die eigentlich bloß. Okay, das haben sie schon mal angenommen. Technologie ist erforscht. Neue Forschung. Da müssen wir irgendwie auf Schiffe gehen. Und zwar machen wir jetzt das hier. Irgendein Raketenwissenschaftler oder so. Nein, haben wir nicht. Dann haben wir die. Dann können wir nämlich die gleich verbessern. Und. Wunderbar. Wir befinden uns gerade nur, blöderweise, mitten im Krieg. Eine unserer Politiker auf Erde hat unvorsichtigerweise einige sensible Materialien offen liegen lassen. Einschließlich ein Verschlüsselungscodes, dessen bloße Existenz außerhalb von Regierungseinrichtungen eine grobe Verletzung des Protokolls darstellt. Die lokalen Behörden bemühen sich, die Sicherheitscode zu wechseln, da es durchaus möglich ist, dass diese Materialien in feindliche Hände gelangen. Ups, aha, okay, Monate für zu folgenden Effekten. Minus zwei Verschlüsselung. Hauptsache wird entlassen und degradiert. Hinzufällig ist eine Verschlüsselung verloren für fünf Monate. Ach, machen wir einfach, ups, was wollen wir machen? So ist das halt. So, hier. Genauso. Wird auch gleich verbessert. Das wollte man doch hier. Wollte man doch eigentlich einen Zielcomputer bauen, oder? Habe ich das dann nicht gebaut? Dann machen wir das halt jetzt. Haben wir das jetzt hier gebaut? Ne, hier haben wir es nicht gebaut. Okay. Eieiei, okay, System erkundet, wird verbessert. Forschungsschiff lassen wir erstmal automatisch erkunden. Jetzt fliegen die nämlich Richtung uns. Super. Beteiligung. Naja, haben wir nicht. Äh, äh, prum. Puh, puh, puh. Damit habe ich null gerechnet. Naja gut, kann man ja auch nicht, ne? Wir sind ja friedlich eigentlich. Äh, die Weltraumwolken gehören, soweit die Menschenforscher das sagen können, zu den ältesten Wesen des Universums. Sie scheinen sich nur wenige Milliarden Jahre gebildet zu haben, und nachdem Materie, wie wir sie kennen, entstanden ist aus den gewaltigen Kräften des jungen Kosmos, der sie aus dem Nichts schuf. Sie hätten einst Sterne werden sollen, aber dazu kam es nicht. Die Erklärung ihrer scheinbar tierischen Intelligenz ist noch schwieriger, aber die Antwort darauf könnte in den abnormal starken elektromagnetischen Feldern liegen, von denen sie zusammengehalten werden. Ein weiteres Produkt ihrer umfänglichen Natur. Es ist nicht undenkbar, dass die Zirkulationen des merkwürdigen Sternenstaubs und ihrer Gravitationsfeldes sich innerhalb eines ausreichend großen Zeitrums zu so etwas wie Nervenbahnen angeordnet haben. Darüber hinaus scheinen die Wolken über mehrere Lichtjahre hinweg Impulse auszutauschen oder gar richtig zu kommunizieren. Vermutlich spielt bei diesem Phänomen die Quantenverwebung wohl eine Rolle. Faszinierend oder Wolkenzerstörer mit den folgenden Effekten wird hinzugefügt an Weltraumwolken, bloß 33. Der Moniquat Raumschleife mit den folgenden Effekten wird hinzugefügt. Ja, wir gehen natürlich auf Forschung, aber... Eie, jetzt sei der ständig hier ab. Ich hoffe, die kommen nicht direkt zu mir. Wie viele sind denn das jetzt? 720. Eine 720er Stärke. Das ist natürlich echt Mist jetzt. Okay. Also hier ist auf jeden Fall auch mal ein Grenzgebiet. Das wird jetzt richtig hässlich alles hier. Ja klar, wir haben ja keine Legierung. Wir können uns nicht groß ausbreiten, weil wir uns jetzt schon mitten im Krieg befinden. Ja, das weiß ich. Aber ich bin gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Jetzt sind die auch noch hier zu zweit. Ja, ich glaube, das war es schneller. Ja, können wir abmachen, aber... Ich glaube gar nicht, dass ich das überlebe hier. Wir haben so schön angefangen. Und dann müssen wir gleich neben so einem... aggressiven... extrem aggressiven... ...kollegen starten. Gut, dann warten wir jetzt mal kurz ab und schauen uns das Gemetzel an. Das hier wahrscheinlich gleich passieren wird. Die Föderation. Ja. Das wäre alles wunderbar. Können wir denn mit denen... Können wir mit denen irgendwas ausmachen? Äh... Wirtschaftspakt schließen? Wie wäre es damit? Ich will... Ich will... Ich will alles... Ganz schnell. Kann ich die irgendwie fragen, ob die Krieg erklären? Nein. Ähm... Um Frieden bitten? ihr Rahmen. Die kriegen dann ihr Rahmen. Das machen sie auf keinen Fall. Die werden nicht aufhören danach. Das ist halt das Problem. Das ist halt das Problem. Aber die greifen mich gerade nicht an. Das sind mal nicht mein Haupt. Aber doch, da greifen sie an. Tote Aliens in Ruhe lassen. Das lesen wir jetzt mal gerade nicht, weil wir müssen uns gerade verteidigen. Dann schauen wir mal, ob wir hier wenigstens ein bisschen was ausrichten können. Und vielleicht das zurückerobern. Ja, die sind sehr zufrieden damit. Das ist schön. Ja, wir verlieren gerade. System Survey complete. Die belagern jetzt hier unsere, äh, unser unseren Planeten. Nicht mal das kriegen wir hin, ey. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Tja, da muss ich wohl heute ausnahmsweise mal wieder einen Break machen hier. So, wir fliegen gleich wieder zurück. An der Stelle noch ein paar Korvetten. Und die kriegen uns nicht. Schick weg, Zimmer. Okay. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich muss heute leider ein bisschen schneller weg. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.